hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute wieder auf die ticket und heute habe ich das spiel mal wie strike force force so wir machen sound und sound ist an vollbild an und dann können es losgehen 14 prozent oder dauert das vielleicht länger es geht es geht es geht ich habe da gestern zwei stunden ticket gehabt von dem spiel deswegen war es gerade schon drauf gewesen also ich brauchte es gar nicht zu installieren ganz nice einzigste was ich gestern gemacht habe ist ich habe alles ausgegeben ganzes geld keine energie mehr gehabt richtig übel aber dafür habe ich jetzt drei neue helden event bei events habe ich auch alle abgeschlossen also mit elektra und mit mit dingens wie hieß der hier der hier panischer ne nicht panischer auf jeden fall der das ist der panischer das ist das pull-eyes crossbones okay aber dreifach geschwindigkeit und automatik rein damit es auch ein bisschen schneller geht gut 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 Das war's. Und was ich auch ganz cool finde, das kann ich mal kurz zeigen, es dauert allerdings immer so lange dann alles. Ich gehe auf Kampf, dann mache ich hier normale Geschwindigkeit rein. Ich mache hier die drei Kameras an und man ist automatisch. Ich gehe auf kreis. Ich gehe auf kreis. Ich gehe auf kreis. Was ist das? Das ist auch ganz cool. Hier sind wir bei 4.1 und hier sind wir bei 2.1 Ich glaube ich mach mal die Schurke ein bisschen weiter, leider fehlt mir noch einer. Das ist übrigens der eine neue den ich habe, die eine Frau von Redskin. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ja, das schaffe ich nicht. Ach, der war schon auf meiner Seite gewonnen. Ich bin... 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 Das war's. Oh Gott. 23 Feinde habe ich. Boah, 10 noch übrig. Jawohl. Jawohl, 10 noch übrig. Okay, wieder auf unserer Seite. Okay, wieder auf der Seite. Okay, wieder auf der Seite. Ja, gleich haben wir es geschafft. Das ganze böse Kapitel Nummer 2 oder Schurken Kapitel. Oh, Groot. Aber ich finde, Coot sieht hier ein bisschen komisch aus. Weg sind sie. Okay. 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 Oh Er macht wieder eine Sprengung Die sind sowieso schon alle weg Letzter Kampf Ich sortiere mal ein bisschen anders Stellen wir mal die Männer nach vorne Obwohl die Frauen brauchen sich auch nicht zu verstecken Die sind stark Ultron Erledigt Jetzt haben wir das ganze dritte Kapitel in ein paar Minuten durchgespielt Der Nexus Das ist neu Ich habe aber nur noch 17 Energie Hm Ah da dürfen wieder alle kämpfen Sie ist eine neue Er ist ein neuer Äh Die habe ich neu dazu gekriegt Spiderman habe ich von Anfang Deadpool habe ich schon länger Dirigentin habe ich von Anfang Luke habe ich von Anfang Elektra Habe ich auch ziemlich früh gekriegt Crossbones auch Icepool Punisher Und Shitagent Äh Sanitäter Das sind meine 3 neuen die ich gestern gekriegt hatte Not Ja wohl. Noch 11. Ich könnte noch einen Kampf machen. Danach wäre es vorbei. Mein letzter Kampf. Ich könnte noch einen Kampf machen. Ich könnte noch einen Kampf machen. Ja wohl. Captain American. American. America. Oh. 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 3.1 ist der erste. Oh. 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 4 Strich 4 3 Strich 1 Wo krieg ich das her? 4 Strich 2 Es muss bei Helm bis 4 Strich 4 Und bei Schurken bis 3 Strich 1 Internetprobleme? Ach nicht schon wieder Ich habe wieder Energie geschenkt gekriegt, okay Dann können wir ja das hier machen Upgrade Klasse 5 Klasse 5 Jawoll Ab welches Level kriegt das? 30 Ich bin 28 Ich bin 28 Okay Da ist es Ich bin 28 Ich bin 28 Die 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 nur noch 18 ok 3 kämpfe jetzt bin ich auf 0 50 ich hab noch 90 ok upgrade auf klasse 5 schauen was wir bei dir machen können klasse 4 hier hier das war schurke 1 können wir ja mal spielen einmal schnell durchlaufen lassen die den einkampf ach hier ist immer so eine große schlange die hier lang kriecht aber die tut nichts da gleich kommt es wieder jawohl die sache geht ganz schnell 4 5 bringt nichts da ich habe ich jetzt alle sind 20 70 habe ich noch nicht ich hab vielleicht 125.000 erreicht naja gleich das wird noch ein bisschen dauern 54 18 schaffe ich und noch mal einen dazu weil es so schön war ich hab doch die 125 erreicht ich hab keine energie mehr keine energie mehr ich kann nix mehr machen nur noch 1,2 million gold ja das war's für heute ich kann nix mehr machen hier hab ich noch was zum aufmachen zwei meilensteiner da gibt's nur noch zwei nice dann bin ich am ende angekommen und hier ja ein paar mehr alles gute zum geburtstag öffnen nehmen nehmen ah pop 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 was sind meine täglichen ziele 600er hauptzug schlüssel hauptzug kämpfe wie geht das das habe ich noch nie gemacht warum kann ich nicht angreifen also ich vermute ich müsste mal den hier angreifen oder den oder den so dann ja das ist Ich muss einmal starten. Wir brauchen einen bösen, böse, böse, guter. Da wird die goldene Mitte, ne? Red Skin. Okay. Oh, Spider-Man ist hier dabei. Da bin ich jetzt mal gespannt. Das ist bestimmt ein ganz normaler Kampf, wie immer. Ja. Oh, und die sind ein bisschen stärker. Spider-Man und Tyler waren die besten. Das ist bestimmt. Okay. 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 So, okay. super die zeit läuft ganz normal bei einfach auch schaut euch die zeit an ganz normal ja bei dreifachgeschwindigkeit auch ganz normal ist die nicht normal dreimal so schnell laufen oh dem spiderman ok super ok jetzt sind wir bei redskin ja 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 oh ist der ja da unten drin ja 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 wohl ja 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 Ich werde jetzt allerdings Spider-Man raus tun und nehm' ihn. Ich werde nämlich ein bisschen mehr Leben als Spider-Man. Das ist Red Skin. Das ist Red Skin. Das wird knapp. Ja genau. Boah, super. Super Tor. Hat nochmal alle gerettet. Red Dog. Abgeschlossen. Geht nichts mehr hier. Okay. Und was jetzt hier? Was muss man machen? Noch 23 Stunden. Ich verstehe das jetzt gerade nicht so genau was man hier noch machen muss. Eins bis drei. Okay. Okay. Ich werde mal den Weg gehen und einen nach dem Weg. Von der Gilde wahrscheinlich, oder? Hm. Hm. Naja. Das ist der schwächste. Doppelte Pistole. Was können wir noch machen? Ops. Ich habe da noch ein paar Splitter. Für. Wendig. Zu wenig. Zu wenig. Zu wenig. Da hab ich keine von. Sie sagt immer hier, es sind noch zwei Sachen, aber was? Ich könnte mir hier fünf Marken kaufen. Naja, aber die brauche ich nicht. Ach, es geht noch weiter. Nee. Ach je. Gut, das war es dann für heute. Ich werde jetzt Schluss machen. Ich weiß ja nicht weiter. Bestätigen. Ich hülle mir mein Ticket ab und sage schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.